Hallo Bianke-Freunde, hier stehen wir vor dem Spezialissima RC Baujahr 2024. Das ist ihr Toprad aus der Spezialissima Serie. In den hinteren Bereichen sehen wir die brandneuen Bianke RC Laufräder. Super schick gemacht mit dem Celeste Farben in Schriftzug, Keramiklager. Hier die Top-Ausstattung mit der Shimano Dura Ace 12-fach Gruppe. Sehr schön abgestimmt, die Laufräder mit den italienischen Pirelli Pizero Reifen. Sehr schick und sehr elegant, sieht sehr leicht aus. Aerosattelstütze mit dem abgedeckten Verschluss für das Plagg. Spezialissima Schriftzug hier, Aerodynamik hier. Hier sehen wir in den Top-Modellen gibt es überall eine Leistungsmesse direkt verbaut. In diesem Fall haben wir hier mal Luka Keo Keramik-Titan-Pedale verwendet. Wir gehen zu dem vorderen Bereich, auch sehr schick. Der Übergang hier im Lenkerbereich und Vorbaubereich, alles aerodynamisch und trotzdem unglaublich leicht. Das ganze Rad wiegt 6,7 Kilo, so wie wir es hier sehen, mit den Pedalen, Dura Ace-Pedale oder in dem Fall jetzt hier die Luftpedale. Das ist das leichteste Rad im Programm und das ist wirklich für den Profi, so wie es bei der Tour de France gefahren wird, oder für den absolut ambitionierten Hobbyfahrer, der einfach mit Profi-Material unterwegs sein möchte. Vielen Dank.